Willkommen liebe Leute zur Ersteinrichtung der Nintendos Witz So, also wir resten die Konsole gestern ein Und ja, ich sag was alles wichtig ist und ihr beachten müsst Als Sprache wählen wir Deutsch, wenn ihr da lebt, wo ist Nämlich in Europa, wählt ihr Europa Wichtige Informationen, das muss man durchlesen Das haben wir jetzt an dieser Stelle einfach mal gemacht Und dann klicken wir auf Weiter Also, als nächstes wird ein Netzwerk gesucht So, das Passwort wurde eingegeben als Zeitzone Wählen wir Berlin, Rom, Wien, Surys aus Weil das unsere Zeitzone ist, wo wir nun ja hausen Trifft ziemlich gut, also das ist die Zeitzone von Deutschland Und nur damit sehr interessant, wir konnten nämlich Für unseren Konsolen-Account ein Profilbild raussuchen Da gibt es eine ganze Menge Einmal die Partys hier gibt es als Vorschlag Es gibt aber auch noch mehr, dazu geht man auf eigene Symbole Dann Charakter, Srextris, Mi Und da gibt es die ganzen zur Auswahl Und ich werde mich für einen Zelda-Charakter entscheiden Weil ich Zelda-Rest gerne mag Dementsprechend werde ich einen Zelda-Charakter nehmen Ich finde, dieser sieht ganz cool aus, den nehmen wir Und dazu kann man dann auch die Hintergrundfarbe einstellen Da werde ich mich für eine dunkle Farbe entscheiden Weil das finde ich sehr cool aus, das sieht doch mal cool aus Und so sieht unser Profilbild aus Nun kann man einen Spitznamen geben Das ist der Name der immer angezeigt wird Wenn man sich an der Konsole anmeldet Beziehungsweise im eShop rumsurfen wird Ich weiß nicht, ob das auch der Name ist Der bei Online-Spielen vermutlich angezeigt wird Ich glaube, das wird eher die ID sein Das weiß ich aber nicht So, ich werde David als Spitznamen nehmen Ich habe überlegt, wer ist Gamer-Accounts Aber dann dachte ich, ich nehme lieber meinen Namen Weil Gamer-Accounts sind die ID Und ich finde meinen Namen eh besser, wenn ich die Konsole anmelde Und dementsprechend haben wir den Nutzer So, man kann hier noch weitere hinzufügen Das überspringen wir jetzt aber erstmal Ähm, und die Altersbeschränkung ist das nächste Das werden wir extra zeigen mit der App Das machen wir im nächsten Video Und nun ist die Konsole bereit So, wir drücken auf den Home-Knopf Und so landen wir im Home-Minute-Nintendo-Swits Wie geil ist das? Wie geil ist das? Das ist das fucking Home-Minute-Swits Läuft, ne? Definitiv Ähm, wir gehen zuerst auf Neuigkeiten Das ist der erste Banner Dort, wo es gerade war, wo ich es rumgezeigt habe Ähm, dort assignen die Spiele Sag ich es gleich, hier haben wir uns erstmal die Banner Und hier gibt es die Neuigkeiten So, ähm, und hier gibt es eine Hand Hier werden es die Neuigkeiten geben Hier eben ein System-Update, was gleich drauf spielt Und ja, also, näher oben drüber Über den kleinen Kreissymbolen Dort, wo die grauen Kästen sind Da gibt's, ähm, da werden die Spiele dann assignen Wir müssen die Konsole zuerst updaten Bevor wir den eShop öffnen Mit demnächst bereits machen wir das Spiel Wir machen einen kleinen Cut Und ich melde mich gleich wieder Sobald ich die Konsole abgedatet habe So, das Update wurde installiert Und wir sind jetzt nun drin Im Home-Menu, haben Internet Und können jetzt theoretisch alles machen Ähm, ich hab aber leider wie gesagt noch kein Spiel An was wir testen können Das bekommen wir erst im Laufe des Tages zugesendet Ähm, dann musst du schauen wie ich das mache Jetzt schauen wir uns aber erstmal den eShop an Und schauen wie der generell aufgebaut ist So, ich muss mich dann mit deinem Account anmelden Sobald ich mich in den eShop mit meinem Account angemeldet habe Mein Account wurde erfolgreich verknüpft Das ist schön Und ja Der eShop, was haben wir hier? Mit deinem eShop kannst du folgende Funktion nutzen Aha, das ist erstmal ein Banner Ähm, okay Da gibt's verschiedene Funktionen Und hier sehen wir Online-Gamer aufgepasst Ah ja, da ist Werbung für den Ähm, in Herbstdaten den Online-Modus Der bis Sommer, äh, leckt es gerade Ich hab's gerade Bis Sommer wird dieser kostenlos sein Wir klicken auf Fortfahren Und Wir sind im eShop drin, Leute Stellt euch das mal bitte vor Auch wenn ich gerade leicht leckt Sorry dafür Wie cool ist denn das bitteschön? Ich bin der Meinung sehr cool, was meint ihr? So, jetzt muss man das Passwort nochmal eingeben Meine Fresse, ich mach nochmal einen Cut Ich hoffe, dass sie nicht öfter einen Cut machen Muss das Nerf dann erst irgendwie So, nun haben wir erstmal ein Passwort eingegeben Und wir sind drin Da haben wir in Banner aktuell veröffentlichte Spiele Da sind einfach die Spiele, die veröffentlicht worden sind Ihr seht schon Zelda Einige ganz coole Eines davon werdet es mir jetzt auch holen zu mal ließen Nämlich Sniper Clips und Fast RMX Ähm, wenn wir zum Beispiel auf Fast RMX drauf gehen Dann sieht man, man kann es darüber kaufen Dann downloadet es das auf die Konsole Generell gilt Der Aesop ist zwar richtig cool Aber ich empfehle Nicht Sachen don't so loaden Weil die viel Spicer Was im größten Teil verbrauchen Und auch einfach umständlich ist Und ist besser als wenn man das als Carrots hat Also als Spicer Karte Und man das leichter verkaufen kann So, da kann man Code einlösen Ähm, weiter erhältlich ist es klar Da sind Spiele, die weiter erhältlich werden Dies soweit zum Aesop Vielleicht noch eine Anmerkung ganz kurz Ähm, der Aesop wird kostenlos sein Das heißt, man kann den immer aufrufen So, auch wenn man kein Online-Abo hat Hier kann man den Controller einstellen Und gerade, wo es gerade hin war Also mit dem blauen Bild Da werden die Screenshots gebeißert Das ist gerade eh mal die Controller-Einstellung Und hier sind die Systemeinstellungen Damals erstes Service Da kann man den Flugmodus hier einstellen Hier kann man die Bildsummehrlichkeit einpassen Bildsumsberge, das brauchen wir nicht Dementsprechend halten wir die jetzt aus Da brauchen wir die Wir können aushalten Ähm, Alltagsbeschrankung schauen wir uns wie gesagt gleich an Internet haben wir gemacht Hier gibt es die Datenverwaltung Kann man Sachen lösen, etc. Ähm, Nutzer ist auch klar Und hier kann man unser eigentliches Mia erstellen Und das machen wir jetzt Wir haben die Wahls-Wissen-Senden-Empfang Da kann man sich, wenn wir mal draufklicken Mit anderen Nintendo Switch-Konsolen verbinden Also angenommen, es wäre jetzt ein Freund Oder er hätte einen Nintendo Switch Könnte er mir sein Mies-Hus senden Und ist andersrum Bei Mi Liste assignen dann die Mies die wir erstellt haben Und beim Banner neues Mi erstellen Können wir hier Mies erstellen Und das machen wir jetzt Unser neues Mi ist natürlich Manless Das Nun kann man den Mi eine Gesichtsform verpassen Denn das kann man alles holen Ähm, ich glaube ich nehme dieses hier jetzt Einf- oder was ist Ist wer Ist dann eigentlich Mies zu erstellen Das ist nicht so einfach Aber Macht immer wieder auf neue Spaß Und den Mi Maker gibt es auch noch bei das Witz Das fände ich sehr, sehr schön So Ähm, ich nehme besser Hautfarbe Nehme es Diese passt glaube ich ganz gut Definitiv Ähm, ja Kopffarbe kommt Das bei Kopf, das passt jetzt so Das passt Passt so Ähm, dann können wir noch Was können wir noch machen Hm, 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 hm So, gerade Ah ja, hier kann man die Augenbrauen erstellen Also ich finde das Menü viel übersichtlicher als auf der View Viel übersichtlicher und viel besser Und ich Wie bediene ich das gerade Ich habe nicht den Switch pro Controller oder sowas Ich habe einfach nur, ähm, die Soikorn Halterung, ähm, die Soikorn Halterung, äh, die Soikorn Halterung benutzt, gesteckt und benutze dies darüber Das ist das Einzige, was ich gemacht habe Das ist das Einzige, was ich gemacht habe Nun können wir uns eine Frisur überlegen Da Nehmen wir, ach Gott, das ist wieder so schwer was nehmen da für eine Frisur Das ist gar nicht so einfach Das passende zu finden irgendwie Gar nicht einfach Das ist witzig Ich bin mir erst dran gewöhnt bei das Witz Das ist einfach ein Tablet Da kannst du überall hingehen und spielen Das ist das Coole, das ist das Vielte davon Ich weiß, aber das wird richtig cool So, Muttermal, hab es eins Ja, dann kommen wir noch die Größe eins Dann, sorry, es leckt ab und zu ein bisschen Das liegt irgendwie an meiner Capsule-Card Die hat sich noch nicht ganz damit vertragen Das wird grundsätzlich nur im zweiten Teil zu, aber es passt da größtenteils Und, ähm, Zelda wird das nicht mehr so lecken Ähm, ja, die Lieblingsfarbe ist das Jetzt geben wir dem noch geschwindeten Spitznamen Da wählen wir wieder mein Name Und damit passt das dann auch Und wir haben dieser Konsole das erste Eigentlich das zweite Mi hinzugefügt Weil ich hatte gerade davor so einen Offscreen Als Test ein weiteres Mi von meinem Freund hinzugefügt Und damit haben wir zwei Mi's Sehr schön Mein eigenes und das von meinem Freund So Hier haben wir den Amiibo-Reiter Da geht es über die Amiibos Und hier kommen wir bei Design Zwischen Schlichten Weiß und Schwarz wählen Ich persönlich bevor ich das weiße Weshalb ich es dabei lasse Mitteilung ist klar Da kann man einstellen Standby-Modus Standby-Modus kann man einstellen Ob man haben möchte Controller-Sensoren Da kann man Controller einstellen Hier gibt es die TV-Auflösung Die wird es immer 1080p lassen Wenn ihr im Fernseher habt Bei Spectrum wird es Volle-Spektrum machen Bildschirmgröße Nur falls relevant Bei mir ist es nicht relevant Also lassen wir es so Bildschirmationen lassen wir ein Auch der Energiesparmodus Das passt alles Und bei Konsole gibt es die Informationen über die Konsole Welches Update es drauf hat Und so weiter Und damit haben wir das auch Ja Sehr schön Wir haben alles besprochen Was wichtig ist Hier macht man jetzt den Bein-Modus an Was wichtig ist für die Nintendo Switch Hier haben wir eben nochmal die Neuigkeiten Das werde ich mir alles nochmal in Ruhe-Offscreen anschauen Ich bedanke mich für das Fußhauen Von der Einrichtung der Nintendo Switch Macht's gut bis zum nächsten Mal und Ciao Ciao So 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 So